Hallo bei den Spielzeugtestern! Heute zeigen wir euch noch mehr Glitzer Saphiras mit Funkelsteinchen. Genau, ich zähl mal wie viele hier noch drin sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ne? Und ich mach mal eben die Tür zu, weil die Elli klefft nämlich. Eins und sieben. Sieben? Okay. Die magische Nummer sieben. Ich hab einen Hummelböhrchen. Den haben wir nicht. Weißt du was der auch an der Po-Backe hat? Nein. Siehst du das? Ja! Ist dir das schon mal aufgefallen? Nein. Mir auch nicht. Er hat auch eine kleine Welle, ein kleines Wasserzeichen hinten auf der Po-Backe. Und das ist... Nomos. Oder haben wir Nomos schon? Doch, Nomos steht da schon. Sein Kollege auf der Fensterbank. Nomos kann die Meereströmung beeinflussen. Okay, einer doppelt. Einmal hier rüber. Die Doppelten, kommst du mir. Noch einen. Noch einer. Trommelwirbel. Brauchst du wieder Trommelwirbel? Oh. Ein Luftdrachen. Den haben wir noch nicht. Das ist Amaya. Amaya. Oh, die hat aber ein schönes Steinchen. Der sieht aus wie ein Diamant. Amaya kann den Himmel bunt färben und Regenbogen erschaffen. Boah. Komm her, Amaya. Du darfst auf diese Seite. Ja. Oh, den haben wir auch noch nicht, ne? Das ist Fiammi. Guck mal, Fiammi. Weißt du, wer Fiammi ist? Nein. Erinnerst du dich in einem anderen Video? Nein. Das ist die, die fast den Berg runter fährt mit dem Wagen, die Draki rettet. Erinnerst du dich? Ja. Okay. Und Fiammi entdeckt zufällig verborgene Schätze und vergessene Geheimnisse. Ne, die darf hier rüber. Hier. Wir wollen die Neuen erstmal hier drüben haben. So, Fiammi. Leg dich hin. Machst du dir gemütlich. Dir den Burschi nach oben. Okay. He he. Tatsächlich so liegt die, ne? Mit den Füßen nach oben. Trommelwirbel. Trommelwirbel. Irgendjemand hat geschrieben, ich mag das nicht. Den Trommelwirbel. Macht nichts. Wir machen trotzdem Trommelwirbel. Oh. Fiammi hat es aus den Socken gehauen. Hängt aber auch komisch. Oh. Fällt Amaya gleich mit um. Sag mal, wir haben irgendwie Pech mit den Erddrachen, ne? Oh. Haben wir die schon? Ja, guck. Oh ja. Mit den einen auch. Das war, wer war denn das? Faxus? Ja, Faxus. Echt? Hatten wir den schon? Ja. Wir wollen nichts. Faxus beherrscht das Feuer und kann es formen und lenken. Ist das der gleiche? Wirklich? Ja. Wie viel haben wir noch? Eins, zwei, drei. Drei? Ja. Oh, ich hoffe auf einen Erddrachen, auf einen grünen mal. Zum wieder der. Echt? Oh nein. Beim letzten Mal hatten wir mehr Glück, stimmt's? Ja. Menno. Noch eins. Ich glaube mein Trommelwirbel dreht nichts. Ich drück die Daumen mal. Und? Das ist. Nein. Jetzt sag nicht schon wieder. Schon wieder der. Oh ne, wir haben ja alle doppelt jetzt. Ich hab Angst, dass hier. Ich glaub mein Schwein pfeift. Hörst du's pfeifen? Ja. Letzte Chance? Hm. Nein, nein, nein. Hanna? Der. Und? Ja. Guck. Oh. Wir haben nur zwei nicht doppelte dieses Mal. Hm. Pech, ne? Ja. Das ist echt Pech. Zum Glück sind wir gute Freunde. Ja. Und zum Glück haben wir beim letzten Mal Draki und die Prinzessin gehabt. Wie hieß die Prinzessin noch? Tara. Tara. Ja. Komm Tara. Ja, da stehen sie alle. Unsere Saphiras mit Funkelsteinchen. Guck mal hier, was ihr jetzt macht. Das sieht aus, als wenn ihr an dem Steinchen schnüffelt. Ja. Die Saphiras mit den Funkelsteinchen und wir, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Guck mal, hast du gleich eine Kiste, wo du die reinlegen kannst? Ich hab, ich hab gut ausgedacht, wo die reinkommen. Hm. Alle mal rein. Eine Kugel. Ich hab nochtmart. Wie. 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 Wie